FENACO 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 ist für uns ein letztiger Geschäftspartner und wir sind sehr froh um die gute Beratung. Vor allem die Leute, die wir direkt mit uns zu tun haben, die Vertreter. Da bin ich sehr froh, da sind mega gute Leute bei der Aniko und bei der Landi und auch bei der UFA. FENACO ist für uns ein zuverlässiger und kompetenter Partner in sämtlichen landwirtschaftlichen Fragen. Zusätzlich kann man sich auch einbringen. Zum Beispiel bin ich im Regionalschutz Zentralschweiz von Aniko. Der Gruppe FENACO ist für mich eher ein Konglomerat der Unternehmen, die durch Synergie ermöglicht eine globale Efficacität. Ich brauche FENACO tagtäglich eigentlich für Sie sitzen in Bezug auf Beratungen Pflanzenschutz, vor allem Vegetationen anhand oder in Bezug auf Düngerberatungen. FENACO ist für mich sehr wichtig, dass Sie unsere Produkte optimal verkaufen und ich mich dafür voll auf Produktion konzentrieren. Wir haben kompetenten Partner, wo man auch mit unseren Fragen kommt und auf die Seite stehen, wenn man Probleme hat. Ich wünsche für für die Zukunft der Gruppe FENACO dass das Unternehmen fort und kompetentiv um unsere Produkte zu Wir können weiterhin gute Zusammenarbeit und gute Produkte und qualitativ für uns. Ich wünsche mich. Mein Willi für die Masone FENACO ist, dass sie innovativ sind. Innovativ. Innovativ. Das ist wichtig. Es 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 ist wichtig. Die Signale haben die Masone versiftung des Der